So, meine Lieben, da sind wir schon wieder. Mio-Fan ist am Ende der Struppe, sie ist jetzt hier nicht mit auf dem Hof, sie macht gerade andere Questen. Wir hatten eigentlich schon aufgenommen gehabt, da hat mein Computer No gesagt. Und hat so gesagt, das ganze Video ist zerstört. Und da sind so gesagt einige Sachen sogar verloren gegangen, die eigentlich sogar wichtig gewesen wären. Und das werden wir dann später auf den Südhof nochmal erläutern. Hier sind wir auf der Koppelinsel, also ich auf jeden Fall und Mio-Fan müsste schon weiter sein. Ja. Sag ruhig an, wenn was du sagen willst. Ich gehe nach Seilheim jetzt gerade. Was ihr noch nicht kennt und euch aber noch kennenlernen werdet. Ja. Ja. Ich hoffe nur, es bricht irgendwann mal nicht ab, wenn ich die Droiden-Sachen mache. Zum Beispiel dann mit den Droiden-Zirkel. Dann werden wir mal Lisma. Und wir haben schon ein bisschen trainiert, auf jeden Fall. Das konntet ihr jetzt leider nicht mitbekommen. Schade eigentlich. Ja, weil Video von Watt sagte, nein, ich will nicht leben. Wir probieren es jetzt einfach nochmal. Jetzt kommt die als sehr schwierige Strecke. Soll ich sagen, welche Quästen du in Galheim hast? Ja, kannst du. Nur Lampe und Mauer. Ach du Sch... Meine Güter. Schon schlimm genug, dass man da überhaupt Quästen hat. Ich bin nur froh, dass ich... Ach, dass ich hoffentlich von der Lady zufriedengelassen werde. Ja, heute kann ich ihre. Die meine ich nicht. Die schräge Frau, die nur gemein ist. Nee, zu der bin ich noch nicht hingek... Über die freu ich mich überhaupt nicht, wenn ich die habe. Die andere Beinchecke. Und dann die. Äh, sie ist halt eine B. Kannst du das Wort richtig sagen bei dir? Wenn es euch nichts ausmacht und YouTube nichts dagegen hat, denn ja. Sag es ruhig. Ich würde das halt sagen, weil die können ja natürlich so nicht antworten. Zuschauer jetzt gerade. Ja, in mir aufhören würde es einfach sagen, wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr dazu Kommentare da lassen. Dann lassen wir das nächste Mal raus, auch gerne. Ja, also Mufan ist halt jemand, der einfach sagt, was sie einfach im Kopf hat, auch wenn das nicht nette Worte sind. Und ich möchte einfach sagen, die Frau, die gemeint wird, ist einfach eine Bitch. Genau. Eine nicht so nette Person. In dem Fall. Nochmal freundlich erläutert. Ja, und sie ist noch freundlich genannt. Und ich mache hier gerade auch noch die zweite Horrorsstrecke auf der Koppelinsel. Ja? Ja, von den Typen. Ich mache ja aktuell alles, was gerade halt als Quest auf meiner Karte drinnen zu sehen ist. Ansonsten mache ich durch Dreck nicht, besonders Banken nicht. Ja, wer mag den schon? Also ich auf jeden Fall nicht, wenn es um deine Reiches geht. Und die mache ich gerade sogar. Nein! Ich verkackse sogar gerade. Weil es wird an manchen Stellen so eng. Genau deshalb mag ich den nicht. Und Tim ist auf die Spur jetzt sogar bleiben. Ich mag seine Strecken genauso wenig, weil die immer so eng sind. Hallo Schaf. Oh Gott, jetzt ist eine ganz enge Strecke hier. Nein, ich will doch nicht. Also da werden wir jetzt nicht die Bestzeit knacken, aber okay. Besser als durchs Rasseln. Oh, die doofe. Das ist gut. Oh, die haben eine Höchstleistung geschafft, obwohl ich nicht so gut war eigentlich. Lol. Dann haben sie die Strecke wohl nicht so oft gemacht. Nö. Warum sollte ich von Onkel Bob so oft das machen? Du weißt ja, wir mögen ja die Strecken nicht so gerne. Aber leider brauche ich jede XP, weil wir heute mal vorgenommen haben, ein bisschen zu leveln. Ja, ich mache ja hauptsächlich die Questen und bei Zeit werde ich dann halt... Aha, hier sind die arabischen Vollblüter. Die rennstrecken dann... Ne, 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 ne. Habe ich dich gefunden, Araber Pinto. Jetzt weiß ich, wo du stehst. Bei den anderen Arabas. Ich habe schon mich gewundert, wo die gepunkteten Araber Pintos abgeblieben sind. Oh, der Problem ist, mir gefallen alle drei so hardcore, die so schön gepunktet sind. Aber ich weiß schon, was, glaube ich, mein Favorit ist. Oh, der hier auf jeden Fall. Leute, guckt doch mal. Der hat blaue Augen. Oh, der passt doch so schön. Und die Färbung habe ich noch nicht. Die würde ich auf jeden Fall nehmen. Und 485 an Kosten. Und das ist sogar eins der schnellsten Pferde. In Star Stable, wie ich herausgefunden habe. Ich glaube, die Arabapintos, die würden dir sogar mit den Fleckenmuster viel besser gefallen. Nein, da gibt es, die haben nicht so ein Ahornblattmuster. So, gucken wir mal, wo wir jetzt hin müssen. Ich gehe jetzt zu der Familie, wo die Zwillinge sind. Ach du, meine Güter. Oh, Zwilling-Alarm. Oh, das ist ja, wir haben eine tolle Quest. Äh, wo muss ich denn jetzt lang? Äh, ich bin ein bisschen verwirrt. Aber okay, das kriegen wir schon hin. Oh, genau stehe ich. Ah ja, da geht es ja auch nie lang. Da ist, das war so Hannibal. Schalheim. Wo müssen wir denn hin? Und ich glaube, ich so fahren müsste ich auch noch. Oh je. So, Hannibal habe ich. Wo ist der Anderbub? Alle Schiris. Schiris. Und das einzige Pony da drinnen. Ich glaube, diese zwei Spots an ihn kenne ich nicht. Übrigens, die Omi hat hier auch Quest. Sie war leider in einer anderen Aufnahme mit drin. Dann ist sie abgebrochen. Kurz vor das Rennen bei Lissi. Was ich nämlich noch mit euch jetzt gemacht habe. So, ich bin dann auch schon wieder fertig. Ja, treffen wir uns in Schalheim kurz mal. Ach, nö. Ja. Hier, Leute, kann sein, dass es gleich wieder abbricht. Hast du eine Meldung gekriegt? Nö. Ja.